Wollen wir so einen Tee machen? Oh mein Gott, zum Glück ist unsere Bluetooth Box und Ultimate Ears Spritzwasser geschützt. Denn Kevin hat gerade drauf gekotzt. Seid ihr auch so fertig heute? Guten Tag! Schön, Kevin! So, dann nehmen wir mal die Kamera jetzt. Und zeigen mal. Nein, 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 nein! Hilfe! Seid froh, dass euer Kabel so kurz ist, Chad. Nosexuell, ich mein's nicht Body Shipping mäßig. Freunde, es geht nicht um Sex. Es geht um mehr. Oh shit. Zwei Sex. Einfach um das L-Wort? Lutschen. Lutschen mein. Kennt ihr schon das schwedische Gericht Leckmein? Ne, Leckmeinschwanz. War das ein kleiner D-Bag? Ich fahr doch nicht. Check dieses, ich fahr. Ich kann nicht mehr. Los! Los jetzt! Ich... Ich... Ich fahr an. Don't lock on the Giftgasmörders. If they hear the hoop, they know it's something to hold here. The Giftgasfuckers can fuck my ass. Oh no, oh no, oh no!